Hier kommt ein Propeller. Dort ist eine durchsichtige Scheibe. Dort ist der Kacke mit dem Maschinengewehr. Ja. Was? Ja. Das war immer Wetterwecki, der süsst nicht, wenn er wirklich geht. Was? Ja. Was? 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 Da kommen wir den Rampen rüber. Wir haben jetzt alle Safety-Checks. Wir sind langsam warm über die Jacke. Sie können abziehen. Ich dachte nicht, dass wir so lange hier bleiben. Kein Wunder ist das so teuer, wenn der so lange geht, bis er mal wegfliegt. Dann braucht es auch schon viel Benzin. Das ist ein Ritze. 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 Da werden eben eine B7C. Mit Maschinengewirze vorderst vorne. Bremse gipsen. Bremse gipsen. Blut. 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 Jetzt kommen die tatsache Arme ab. Jetzt kommt der nächste.